Ja, jetzt kommt's. Ja, jetzt lädt sich's. Also wir gehen jetzt live auf Facebook. Okay. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch und ich möchte ja wieder die Kommentare lesen können, deswegen gucke ich mal, wie ich das einstellen kann. Erst einmal grüße ich euch ganz herzlich alle miteinander. Ich bin heute mit der großartigen, herrlichen Christina hier, die seit April die Ausbildung zur kosmischen Magierin macht und grenzgenial dabei ist. Schaut mal, wie sie strahlt. Es ist so herrlich. Ja, Christina, dann starten wir mal. Ich befrage dich jetzt. Erzähl doch mal, du Liebe, was hat dich denn dazu bewogen, die Ausbildung zur kosmischen Magierin zu machen? Ja, soll ich ganz von vorne anfangen? So viel du magst, ja. Hol ruhig so weit aus, wie es für dich genau richtig ist. Die Leute sind neugierig, die wollen das wissen. Genau. Letztes Jahr, ich glaube Oktober war's, da hast du mir ein Koskop gefunden über eine Freundin, die hat mit dich erfunden. Und dann hatte ich mir von dir ein Geburtshoroskop-Wahnsinn. Und ja, also das war schon mal, wusste ich noch nicht, dass du hast zu lernen, wie man sowas macht. Genau. Und 2021, wenn ich mir den Kurs machen kann zur Kosmischen, dann habe ich mich eigentlich gut zu machen. Und der Kurs hat mir so viel gegeben, so fasziniert. Und als ich mich fasziniert habe, um zu machen, dann war ich natürlich... Yay! Ja, und drei Monate. Also wie ist es denn so für dich jetzt? Wir sind ja schon mitten im Mittelfeld der ganzen Inhalte. Wie ist es für dich mitgenommen? Was hat sich vor allen Dingen in deinem Leben jetzt geändert seitdem? Was würdest du sagen? Ich freue mich jedes Mal, wenn wir diese Zooms haben. Also ich bin jedes Mal... Ich freue mich da immer und finde das auch ganz toll, wie du das machst. Ich finde es auch nicht anstrengend, ich finde es einfach nur schön. ...gebracht hat. Als ich bei dir angefangen habe, diesen Kurs hin, war ich gerade mitten in einer ganz schwierigen Lebenssituation. Also ich hatte gerade meine Scheidung hin. Ich bin beruflich dabei, den Ort zu wechseln. Und ich muss sagen, durch dein Coaching... ...wirklich hat mir sehr geholfen... ...dich immer... ...herschreiben zu können. ...hat mir schon sehr viel geholfen... ...und hat mich durch eine sehr schwere Zeit begleitet. ...und dann halt auch noch die ganzen Inhalte von... ...und Astrologie... ...das hat so viel in meinem Leben bewirkt... ...mich so extrem weitergebracht, das kann ich eigentlich gar nicht fassen. ...ja... ...ja... ...ja, wie fühlt sich... ...ich sag mal... ...rund um Support... ...ich zu vorher? ...ich nicht... ...ja, nur nicht so wirklich beschreiben. Das ist... ...drei, vier Monate unvorstellbar... ...den immer, wenn ich Probleme habe... ...ich anschreiben kann... ...und der mir... ...wie eine beste Freundin, die auch ab... ...das ist... ...ä... ...ä... ...ja... ...die man mit Geld gar nicht bezahlen kann... ...also das ist für mich... ...ja... ...soll... ...ja... ...durch solche schwierigen Situationen gebracht... ...ja... ...da kommen mir schon fast die Tränen... ...also das... ...ja... ...war so wertvoll für mich in den letzten... ...ja... ...und... ...was würdest du sagen... ...die es gebracht... ...so viel... ...zu lernen... ...was hast du da für dich mitgenommen... ...was du... ...besonders gerne verwendest... ...hat wirklich sehr spannend... ...ä... ...wissen kann... ...wann... ... der Zeitpunkt... ...für ein gewisses Vorhaben ist... ...ich kann jetzt halt ganz genau... ...ja... ...ich kann irgendwie mein Schicksal mehr lenken... ...ähm... ...ja... ...also... ...man kann quasi... ...das hänge ich gerade ein bisschen... ...so interviewt zu werden... ...ja... ...mega... ...ja... ...du bist das Tag... ...die strahlt... ...und diese herrlichen Ohrringe... ...ja... ...ja... ...ne... ...also... ...ja... ...das toll zu sehen... ...dass man halt immer dem Schicksal... ...mhm... ...ja... ...herrlich... ...also ich... ...super faszinierend... ...ich bin ja auch noch mitten im Lernen... ...und... ...es... ...einfach unvorstellbar... ...dass mir schon fast die Worte... ...ja... ...weil... ...die Christina... ...die nutzt jetzt die Astrologie... ...neu aufzubauen... ...und dann startet sie noch mal... ...wesentlich mehr... ...gestartet... ...aber... ...dem zufriedengeben... ...was man schon erreicht hat... ...wil es ja immer noch besser geht... ...ja... ...ein... ...ein Laden im Saarland... ...und der liebt zuletzt... ...und dank der Astrologie... ...und dank der Melanie... ...hab ich das... ...und... ...ja... ...grad läuft so richtig gut... ...ja... ...genau... ...und da bin ich echt... ...total... ...genau... ...und jetzt... ...an einzurichten... ...genau... ...das lernen wir heute... ...sitzung... ...und dann lernen wir... ...ausrichtet... ...nach Astro-Feng-Chui... ...und da freue ich mich schon... ...total drauf... ...weil ich... ...einrichte... ...ja... ...das passt... ...herrlich... ...weil... ...ihr könnt mit eurem Horoskop... ...eure Wohnung individuell... ...energie ist... ...nach eurem Horoskop... ...irgends... ...verteilt... ...oder eurem Arbeitsplatz... ...und jetzt stellt euch mal... ...nach diesem Horoskopsplan aus... ...was soll dann noch... ...schlimmes passieren... ...genial werden... ...und die liebe Christina... ...macht das jetzt... ...mit ihrem Laden... ...und... ...die Rakete losschießt... ...absolut genial... ...und... ...herrlichen Ohrringe... ...ne... ...ja... ...gibt noch viel, viel mehr... ...als die... ...ja... ...das... ...viele tolle Ohrringe... ...von ihr... ...die habt ihr auch... ...bei mir schon häufiger gesehen... ...ja... ...in welcher Ortschaft... ...bist du denn, Christina? In Plieskastel... ...das ist im Saarland... ...also ich war vorher in Homburg... ...und jetzt in Plieskastel... ...ja... ...ir findet sie übrigens... ...auf Facebook... ...ir laden dann sogar eine Gruppe... ...ja... ...was nachher herausgeschossen... ...hab das Video... ...dann schmeiße ich mal einen Link rein... ...könnt ihr da alle in die Gruppe gehen... ...und gucken... ...was sonst noch so geht... ...da könnt ihr bunte Kleider... ...Plan... ...und... ...Schmuck... ...und ich glaube noch ganz viel mehr... ...und ich freue mich, wenn... ...die einbauen kann... ...so dass ich immer genau weiß... ...wann ich was zu tun... ...das bereichert auch... ...mein Leben unheimlich... ...ja... ...leicht auch die astrologischen Energien... ...in deine tollen Produkte... ...und so... ...energie... ...da hin... ...ja Kurt... ...dah hin... ...Mars... ...dah hin... ...dann kommt... ...dann kommt quasi... ...die Kundin rein... ...und dann sagt sie... ...ihr Sternzeichen... ...und du hast dann genau das Richtige... ...idee... ...das wird spannend... ...ja... ...ja... ...möglich... ...ja... ...wenn... ...genau... ...ich habe auch schon... ...werde auch mit der... ...sollen wir das verraten schon... ...dass du eventuell... ...es wird ein Live-Event geben... ...im Saarland... ...da werde ich demnächst auch anfangen... ...das zu bewerben... ...und... ...ja... ...merkt euch schon mal... ...was... ...merkt euch schon mal... ...oder... ...ne... ...14.15... ...merkt euch mal den 14.15... ...in Saarland kommt... ...da gibt es nämlich ein Live-Event... ...mit mir zum Anfassen... ...zum... ...Thema... ...Astron... ...Anhildern... ...Auraschirurgie... ...und ganz vielem mehr... ...ändernd... ...das... ...wenn ihr euch das entgehen lasst... ...dann... ...wollt ihr euch... ...das ist in Christinas Laden... ...und da könnt ihr dann gleich... ...mit Gold behangen... ...wieder rausgehen... ...als Goldmarie... ...und mit neuen Kleidern... ...das ist in der Bibel... ...wenn du dein Leben verändern möchtest... ...dann ändere deine Garderobe... ...du wirst ein neues Kleid bekommen... ...und dann... ...bekommst du auch ein neues Leben... ...hochwertige Kleider... ...das ist eine ganz hochwertige Marke... ...die nicht einfach so... ...auf jeder Stange hängt... ...greift zu... ...yeah... ...und wandelt euer... ...ja... ...was ganz Neues... ...macht euch bunt... ...macht euch neu... ...macht euch anders... ...macht euch ganz viel... ...und wenn ihr dann noch... ...das Live-Event mitnehmt... ...ey... ...dann seid ihr hinterher... ...unauffaltbar... ...dann kann euch gar nichts mehr stoppen... ...genial... ...nei... ...also ich kann es nur bestätigen... ...also... ...als ich bei Melanie angefangen habe... ...vor drei Monaten... ...ähm... ...war ich wirklich... ...um es... ...weit unten... ...durch meine Scheidung... ...und durch meine ganzen Prozesse... ...und durch... ...ähm... ...genau... ...daddurch, dass ich den Laden verlegen musste... ...oder wie auch immer... ...und es diese Änderung gab... ...und jetzt... ...drei Monate später... ...fühlt sich das an... ...als wäre das alles komplett gedreht... ...ja... ...so... ...die Christina... ...absolute Wahnsinn... ...die geht jetzt... ...durch ihre Herausforderung... ...eine... ...also ganz oft... ...schickt sie mir dann eine Nachricht... ...hey... ...ich habe die und die Herausforderung... ...und weißt du was... ...mir geht es total gut... ...mir macht das gar nichts... ...ja... ...das... ...stellt euch das... ...und... ...traut sich die Christina... ...nehmlich vor die Kamera... ...weil sie noch... ...genialer sein möchte... ...als sie sowieso schon ist... ...und... ...heute die... ...sein kann... ...wow... ...und wer weiß... ...vielleicht kommen dann... ...demnächst mal live Ideen... ...das war für mich... ...ja... ...mal sehen... ...mal sehen... ...was ist da noch möglich... ...möglich... ...möglich... ...genau... ...um so richtig... ...grenzgenial durchzustarten... ...ja... ...und... ...was ist für dich möglich... ...wenn du... ...jetzt auch... ...die Gelegenheit nutzt... ...und... ...in die Ausbildung... ...zur... ...kosmischen Magierin... ...spricht... ...und... ...nehm ich die nächste Runde... ...fünf Monate lang... ...lernst du... ...das Horoskop zu lesen... ...auf eine Art und Weise... ...wie es niemand... ...außer mir... ...da drauf... ...und... ...jetzt wirst du dich fragen... ...warum... ...macht es denn... ...kein anderer so... ...ja... ...weil wir die Matrix verlassen... ...und in die Natur... ...zurückkehren... ...und wir... ...verschmelzen... ...wieder miteinander... ...nachdem die vor... ...Jahrtausenden... ...getrennt wurden... ...das zu trennen... ...das ist genauso... ...wie wenn man sagt... ...ne ich möchte jetzt... ...das Kraut aus der Natur... ...nicht nehmen... ...gegen den Schnupfen... ...ich stelle jetzt... ...ein synthetisches Kraut her... ...und so ist eine... ...synthetische Astrologie... ...erschaffen worden... ...die mit dem Himmel... ...nichts mehr zu tun hat... ...die heute... ...alle machen... ...und ich... ...ich bin die Einzige... ...die die... ...Naturastrologie macht... ...nach eine... ...Naturwissenschaft... ...und das... ...lernst du bei mir... ...und damit... ...bist du... ...eine... ...Pionierin... ...und nimmst... ...eine... ...Goldscheine... ...keine... ...Konkurrenz... ...wenn du das... ...vielleicht... ...daraus... ...ein Business machst... ...ja... ...du bist die Einzige... ...ja gut... ...neben mir... ...aber... ...wie viele Menschen... ...gibt es auf der Erde... ...und wir sind noch... ...so wenige... ...du kannst jetzt... ...noch die Pionierin... ...sein... ...und ich sage dir... ...die Ausbildung ist... ...jetzt noch... ...zum... ...zu haben... ...die nächsten Runden... ...werden nicht mehr... ...so günstig sein... ...ja... ...5500... ...für... ...fünf Monate... ...und... ...für ein... ...ja... ...für eine... ...Naturwissenschaft... ...die du lernst... ...die es so... ...noch nicht... ...gibt... ...die aber... ...Wahrheit ist... ...und das ist der... ...absolute Hammer... ...deswegen... ...und du bekommst... ...das Coaching... ...dein Traumleben... ...ist nicht nur Theorie... ...oh... ...die Sonne steht da... ...der Mond steht da... ...die Venus steht da... ...klar... ...das lernst du auch... ...aber... ...du lernst auch... ...wie nutzt du das... ...um deine Wünsche... ...Ziele... ...und Träume... ...zu kreieren... ...für dich... ...um deine Abkürzung... ...in dein herrlichstes Leben... ...zu sehen... ...so wie die Christina... ...das auch gerade macht... ...ja... ...super... ...superschlau... ...ihr lieben... ...ja... ...Kristina... ...wie heißt denn dein Laden eigentlich... ...damit man denn finden kann... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.